Flügel des Kundschafters. Warum machst du das? Was denn? Nur weil du Flügel des vor irgendwas sagst, heißt das nicht, dass du irgendeine Spezialtechnik kannst. Ist so, als würde ich sagen, Fühler der Macht oder Schnabel des Sandwichmachens. Flügel, der nicht zustimmt. Oh, da! Meister Beer, Meister Huhn, Meister Kroko, was macht ihr denn hier draus? Ja, wir haben unsere Daufe angegriffen. Wir haben sie bisher hier verfolgt. Da! Sie müssen da drin sein. Meister Shifu hat uns dringend geraten, nicht... Nicht anzugreifen. Wir müssen da rein. Aber Meister Shifu hat... Du hast allen Ernstes Angst? Sogar Meister Huhn geht da rein. Das feige Huhn. Das reicht. Ich geh rein. Mantis, wir haben Befehl, nicht... Sie brauchen unsere Hilfe. Komm schon. Ich geh oben rum, du unten. Nein, warte. Fürchtet den Kleinen. Na gut, du Kleiner. Halt durch, Kumpel, ich komme. Fühler der Macht. Ah, funktioniert nicht. Mantis! Mantis? 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 Dein Shifu ist stark. Genau wie das von deinem Freund, dem Käfer. Mantis? Töne Sorge, kleines Vögelchen. Ich werde dein Ski gut verwenden. Ich werde den Jade-Palast zerstören mit allen, die darin sind. Nein! Pflüge des! 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 Vielen Dank.